Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Scum Patch. Ja, heute kam ein neuer Patch raus und ich werde euch natürlich direkt in diesem News Video alles dazu erzählen, was es in dem neuen Patch gibt. Sämtliche Bugfixes natürlich auch mit abhandeln. Und ja, fangen wir gleich mal vorne an. Das wichtigste Batterieladesystem. Ja, eine Ladestation für Batterien hat es jetzt ins Game reingeschafft. Wir haben gestern tatsächlich erst noch ein Video rausgebracht, wo das Ganze noch in der Entwicklung mehr oder weniger war. Und heute kommt es schon als Patch raus. Bin mal gespannt, ob es funktioniert. Aber es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr geil an und hat sehr viele neue Möglichkeiten dadurch. Fangen wir mal an. Ich fasse das Ganze für euch zusammen, was hier alles so in Textform drinsteht. Und zwar fangen wir mit dem ersten Bild an. Hier sehen wir es nämlich schon. Es gibt einmal eine große Ladestation und eine kleine Ladestation. Was braucht man dazu? Man packt das Ding beispielsweise auf den Boden in den Kreis des Generators. Das sieht man hier. Also man braucht einen Generator, der logischerweise alles und Benzin hat und Strom produziert. Dann packt man das Ladegerät auf den Boden und kann dieses öffnen. Und in dieses Ladegerät kann man hier verschiedene Akkus beispielsweise reinschmeißen, wie die Smartphone-Batterie. Die wird dann aufgeladen. Hier sehen wir auch Charging 1,0 Ampere und die Charging Time. Es sieht man hier dementsprechend auch, wie lange das dauert, bis das Ding dann auch wieder voll ist. Die Kapazität ist hier 10 von 10 beispielsweise. Das würde wahrscheinlich auch langsam steigen, das Ganze. Getestet habe ich es leider noch nicht, aber so müsste das Ganze funktionieren. So, was haben wir danach noch? Folgendes. Es ist natürlich auch so, dass jetzt die Möglichkeit dann besteht, verschiedene Dinge aufzuladen. Beispielsweise man hat ein Nachtsichtgerät, eine Taschenlampe, die man laden möchte. Diese haben unterschiedliche Kapazitäten und unterschiedlichen Verbrauch. Das heißt, ein Nachtsichtgerät hat beispielsweise einen höheren Verbrauch wie eine Taschenlampe. Bedeutet, ihr könnt natürlich mit einem aufgeladenen Akku dann dementsprechend ein Nachtsichtgerät länger betreiben, wie jetzt mit einer Batterie zum Beispiel das Ganze. Sehr, sehr coole Geschichte, dass es unterschiedliche Ladungen hat. Da kann man natürlich sehr viel noch mit anstellen, was sehr, sehr cool ist. Also ordentliche Neuerungen. Das ebnet uns übrigens auch den Weg natürlich für Solarzahn beispielsweise dann zum Laden. Laden, was ich auch schon im letzten News-Video angekündigt hatte oder drin stande mit den verlassenen Bunkern. Da gerne mal reinschauen, wenn ihr dazu mehr Infos haben möchtet. Und ja, es gibt eben diese zwei Ladegeräte. Einmal das große und das kleine Ladegerät. Ich glaube, das hier, also das hier soll wohl das große und das kleine Ladegerät anzeigen. Hier steht es noch, wir haben jetzt einen neuen Gegenstand. Ein Batterieladegerät. Okay, technisch gesehen sind es zwei. Ich glaube, das hier ist eine selbstgecraftete Version. Das hier ist eine Version, die wir im Spiel finden können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es so ist. Kann aber sein. Also hier ist es selbstgecraftet, hier die gefundene Version. Klein und großes Ladegerät. Ich glaube, dass sich das nicht wirklich viel nimmt von dem Platz her. Hier haben wir nochmal die, auf jeden Fall die Large Battery Organizer. Wobei das hier das gleiche Symbol nämlich hat. Keine Ahnung warum. Aber hier passen ordentliche Akkus auf jeden Fall rein, die man hier mit Strom dann dementsprechend aufladen kann. Also man ist nicht nur auf eins begrenzt, sondern ihr könnt da wirklich richtig, richtig viel reinhauen. So, genau. Hier gibt es dann die große und die kleine Version eben. Und jetzt sieht man dann auch, wie das Ganze da aufgeladen wird, wie lange das dauert. Ja, das hat man jetzt soweit. Dann hat es noch zusätzlich ins Spiel geschafft das Nachtsicht-Zielfernrohr. Das ist das hier. Das hatte ich auch im letzten Patch oder in den letzten News-Videos schon behandelt. So sieht das Ganze dann aus, wenn man da durchguckt. Also Nachtsicht gerät jetzt nur fürs Zielfernrohr. Es ist allerdings so, dass man nach wie vor im Moment noch, das haben sie auch geschrieben, dass man nach wie vor die Nachtsichtbrille einfach verwenden kann und irgendein beliebiges Zielfernrohr nehmen kann. Und hat dann ein Nachtsicht-Zielfernrohr praktisch. Das sind sie allerdings am Rauschpatchen. Es ist allerdings ein bisschen schwieriger anscheinend. Aber sie sind dran, dass das dann nur noch mit dem Nachtsicht-Zielfernrohr auch funktioniert. Und nicht mehr mit der Nachtsichtbrille, wenn man durch ein Zielfernrohr einschaut. Also das Ding würde uns zumindest in der Nacht dann ordentlich lange begleiten. Und es muss natürlich auch geladen werden, was uns mit den Batterien wieder zugute kommt. Des Weiteren hat es jetzt ins Spiel geschafft Tabakko. Und zwar, man kann jetzt eigenen Tabak anbauen und kann dadurch dann eine Art Handel aufbauen und eben selbstgebaute Zigaretten sich drehen. Einmal braucht man dazu Papier und eben den Tabak den Geernteten. Das Anbauen des Tabaks funktioniert ganz normal wie jede andere Pflanze auch. Und kann dann hier Roll Tabakko machen. Das heißt, man stellt dann damit Zigaretten her. Ja, wahrscheinlich. Zwölf Aufladungen, nebenan würden zwölf Zigaretten rauskommen. Und diese kann man dann wohl beim Händler verkaufen. Das soll wohl relativ lukrativ sein, stand hier zumindest drin. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel so eine Packung Zigaretten gerade beim Händler wert ist. Gerne mal in die Kommentare setzen, wenn ihr da eine genaue Zahl gerade habt, wie es ingame ist, ohne Manipulation. Aber damit kann man wohl ein bisschen Geld machen. Und das hier ist dann das selbstgebaute Ergebnis. Sie haben auch reingeschrieben, dass man da wohl auch andere Dinge dazu mischen kann. Da bin ich mal sehr gespannt, dass man beispielsweise einen Pilz zumengt. Und dadurch eine Gift-Zigarette herstellen könnte. Mit vielleicht halluzinogenen Stoffen, wenn man da einen richtigen Pilz reinschmeißt. Müsste man aber rausfinden. Wäre aber ganz cool, wenn das funktionieren würde. Was man halt nicht kann, ist nach wie vor ein Scholl. Aber man kann zumindest Pilze soweit untermischen. Des Weiteren gibt es einen neuen Helm. Und zwar einen Sanitätshelm. Das ist dieser hier. Also jetzt nicht nur die militärischen normalen Armeehelme, sondern auch einen für Sanitäter. Macht ein bisschen Roleplay-Unterschied. Sieht ganz cool aus, das Teil gerade auch mit der Karte. Kleinstes Teil. Finde ich ganz nett. Werde ich mit ingame auf jeden Fall mal besorgen, das Ding. Und ja, wird im ganz normalen Spawn vorhanden sein. So, kommen wir nun zu den Bugfixes, die auch noch relativ wichtig sind. Es gab einige Bugs noch, die raus mussten. Ich lese euch das Ganze jetzt einmal vor. Ganz wichtig. Hat auch Generatoren und so weiter betroffen. Aber das haben sie schon in einem frühen Patch rausgepackt, das Ganze. Damit die Generatoren, Kühlschränke und alles, was euch jetzt in die Welt steht, nicht despaunt. Und das jetzt dann auch mit dem Grillrost. Das Problem, dass das Hauptmenü manchmal abstürzen konnte, wurde behoben. Das Problem wurde behoben, dass der Sound des Metalldetektors aktiv blieb, wenn man den Detektor auf den Boden fallen ließ, während er aktiv war. Es wurde das Problem behoben, dass zerstörte Fahrzeuge nur dann despaunen, wenn sich jemand für längere Zeit in ihrer Nähe aufhielten. Wobei ich mir immer nur frage, gut, Fahrzeuge zerstören durch Mechs geht, glaube ich. Aber sonst hast du echt ein Problem, Fahrzeuge zu zerstören. Weil die nehmen momentan halt keinen Schaden. Da sind sie übrigens noch dran. Und das ist das Nächste, was du bekommen soll, dass endlich wieder der Fahrzeugschaden da ist. Bevor Flugzeuge kommen. Es wurde das Problem behoben, dass Truhen verschwanden, obwohl sie nicht verschwinden sollten. Juhu! Ganz wichtiger Fehler. Der Fehler wurde behoben, bei dem die Zähne von Rehen kugelsicher waren und sie somit Kopfschüsse überlebten. Nein, wirklich, das war das Problem. Okay, man konnte den Rehen Kopfschuss geben, ohne dass es gestorben ist. Und tatsächlich sind wohl nur die Zähne schuld gewesen. Also wenn du richtig gezielt hast, hast du es trotzdem erledigen können. Aber wenn du die Zähne getroffen hast, war es das halt. Dann hat es einfach überlebt und ist weitergeraten. Es wurde der Fehler behoben, dass man sich in Fahrzeugen auf Wunsch übergeben, urinieren und, ja, andere Dinge tun konnte. Das Problem wurde behoben, dass die Einstellungen manchmal nicht übernommen wurden, wenn sie auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wurden. Das Problem wurde behoben, dass Fahrzeuge nicht gekauft werden konnten, weil der Spawn fortfälschlicherweise als blockiert markiert war. Und Qualitiv-of-Live-Anpassungen natürlich auch wieder mit dabei. Und zwar Pfeile und Bolzen können an Fahrzeuge keinen Schaden mehr anrichten. Die Rezepte aller Hergestellten unter Drücker wurden geändert. Der Verzehr von Grillen und Regenwürmern führt nun zu Nahrungsabstoßungen. Die Chance, dass Fahrzeuge spawnen und die anfängliche Haltbarkeit wurde angepasst. Das ist sehr wichtig, weil die Fahrzeuge sind eigentlich immer, äh, A, mit voller Batterie, vollem Tank und, äh, ja, sowieso mit vollem Leben gespawnt. Da haben sie jetzt schon mal ein bisschen nachgebessert, dass eben der Tank nicht mehr immer voll ist und die Batterie nicht immer voll ist. Was ganz, ganz wichtig ist, äh, weil man sonst einfach mit denen auch wegfahren hätte können, ohne dass man eben beispielsweise die Batterie aufladen musste oder tanken musste. Äh, ist so tatsächlich angenehmer zu spielen, wenn man ein bisschen auch realistischer natürlich, wenn das Auto nicht sofort fahrbereit ist. Äh, macht mehr Spaß auf jeden Fall. Die unheimliche Geräuschkulisse in der Stadt Samopur wurde entfernt. Handschuhe mit offenen Fingern saugen jetzt viel weniger, äh, saugen sich jetzt viel weniger mit Wasser voll. Ja, das war's erstmal zu dem Patch. Also wieder ordentlich Inhalt dazu bekommen. Wir haben Tabak, wir haben neuen Helm, wir haben das Nachtsicht-Zielfernrohr bekommen und vor allem, wir haben Batterie-Lademöglichkeit dazu bekommen. Und das öffnet halt weitere Türen, beispielsweise in Richtung Solarenergie, um, äh, Energie zu generieren und so weiter und so fort. Da man jetzt tatsächlich auch den Verbrauch von einzelnen Gegenständen hier angezeigt bekommt und einzelne Gegenstände verschiedene Verbrauch haben, wie eben Nachtsichtgeräte, wie Taschenlampen und so weiter und so fort. Lichter dann beispielsweise auch, Scheinwerfer, äh, ja, alles Möglichkeiten, die sich da ergeben. Sehr, sehr cool auf jeden Fall, ähm, das war's mit diesem Patch-Video. Wenn irgendwas Neues zu Scum rauskommt, werdet ihr es hier auf meinem Kanal finden. Deswegen, wenn ihr nichts verpassen wollt in Sachen News-Videos, gerne abonnieren den Kanal. Gerne natürlich mal im Scum-Let's Play vorbei schon oder bei vielen anderen Displays, die ich so habe. Ciao, ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.